Willst du, Alexander Protowski, die hier anwesende Julia Dehner zu deiner Ehefrau nehmen und sie lieben, bis dass der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Dieser Mann hat Diamanten im Wert von 120.000 Euro in seinem Bauch und die muss Papa jetzt rausholen. Habt ihr auch irgendwo Müllbeutel? Na, für die Gedarbe. Das ist mein Hochzeitstag. Kommst du jetzt. Eine Frau zu sein, heißt niemals die Hoffnung aufzunehmen. Wir können dem Schicksal vertrauen und alles wird gut. Du hast scheiß Eltern. Brauchst du was zu kiffen? Die Schnauze voll von diesem Quatsch hier. Dann mach doch weiter. Ja, ich glaube, wir waren bei Schwenkeblieben bei den Herzen. Hatte der früher schon so merkwürdige Anwandlungen? Zum Beispiel beim Verkehr. So eine Scheiße. Arschvoll Diamanten und kein Geld für ein Taxi. Wir sind übrigens im Kofferraum. Ja, liegt noch ein Mann, wissen wir doch.